Je nach Sitzposition gibt es hinsichtlich der Griffe immer wieder Beschwerden über taube Finger, schmerzende Hände oder auch eingequetschte Nerven. Der Grund dafür ist meistens ein einfacher schlichter Griff oder ein gerader Lenker, die dazu führen, dass ich in das Handgelenk einen Knick bekomme und mir den Nerv, der da läuft, beleidigen. Abhilfe schaffen in den allermeisten Fällen ergonomisch geformte Handgriffe. Sie haben eine extra große Auflagefläche, die bewirkt, dass die Hand großflächiger unterstützt wird und der unerwünschte Knick im Gelenk verschwindet. Dadurch kann ich entspannter und schmerzfreier Rad fahren. Neben den ergonomischen Vorteilen, die diese Griffe bieten, gibt es noch eine Reihe bemerkenswerter Besonderheiten. Es gibt Griffe mit einem Hörnchen, das uns eine zweite zusätzliche Griffposition bietet. Es gibt Griffe mit sogar zwei zusätzlichen Griffpositionen, wie diesen GP5 hier. Es gibt Griffe mit einem reduzierten Gummianteil, bei denen Kork, biologischer Kork, statt dem Gummi eingearbeitet ist, die sogenannten Bio-Korkgriffe. Und zu guter Letzt gibt es die Bio-Ledergriffe, die besonders hautsympathisch sind und aus einem biologisch zertifizierten Leder hergestellt werden. Es gibt alle diese Griffe in zwei verschiedenen Größen für unterschiedlich große Hände. Hilfe bei der richtigen Auswahl oder auch Montage, wenn Sie nicht selbst montieren möchten, gibt es bei dem Fachhändler Ihres Vertrauens.